was geht ab leute give me the flow ice nasty back am start und herzlich willkommen zu einem erneuten video auf meinem kanal heute habe ich im hintergrund ein 30 1 gameplay von meinem kollegen musti aka trabi 99 grüßen an dich gehen raus dabei ist heute auch der justfun 054 ihr kennt ihn so wahrscheinlich von dem gestrigen video wir haben uns angefreundet von dem one one spaß von es war ja nicht mal jemand oder fail oder im hintergrund an 30 1 ich weiß nicht ob es jetzt eine nuklear war aber ich habe mitgespielt hier oder ja genau ich habe absolut verkackt aber ich glaube es sei eine nuklear aber ich bin mir nicht sicher sehen wir dann am ende des videos und jetzt würde ich einfach mal mehr hier aufs gameplay eingehen bis in die situationen betiteln beziehungsweise kommentieren er geht hier erstmal hoch ins haus spielt ein bisschen safe ok schaut euch ein bisschen auf train ok ok hat er wie sie zwei börsen also movement und alles hat der weg am start hier war ein geschluckt aber das ist für ihn natürlich kein problem nur noch mit xr2 also wenn es in nukleares und mit xr2 dann oh mein gott er hat fast daran kassiert oh mein gott auf jeden fall check den kanal von charles fahren ab link in der video beschreibung abonniert ihn auf jeden fall als echt verdient aber ich würde an seiner stelle anstatt livestreams einfach auch viel zu videos machen wie ich und ich danke bedanke mich auf jeden fall an trabi ecke muss die dass er mit diesem video bzw dieses gameplay ermöglicht hat und mir sein sein gameplay hier gezeigt und geschickt hat vielen dank dafür an dich ok steht schon 38 8 hier mal schauen was hier noch bei ihm so geht ich habe bei der runde habe ich übel abgekackt sondern 17 4 oder so stand ich auf jeden fall nicht ich will zurzeit einen game mit der rennowator mit der nagelpistole erspielen aber irgendwie schaffe ich es kein richtig gutes gameplay zu erspielen wir so 30 ich will irgendwie so 30 5 oder so spielen aber das ist irgendwie bei der waffen nicht möglich weil sie auf range gehen muss und ich habe keinen bock irgendwo zu campen oder so und deswegen ja so der gegner ist absolut gleich quittet mal gucken wie er es jetzt noch weiter ich glaube erst 1 vor ob so auf jeden fall hat dass er defensiv gespielt wird sehr selbst gespielt habe ich will so natürlich auch machen wenn ich kurze nuklear bin da war es mein hater nein es war nicht mal hätte aber in der runde hatte ich auch ein hater so viel weiß ich so ja er hat ob in dem moment hatte ich auch mal ein ob er spielt wie christin geklaut hat den kill ja ich habe ich meine drohnen das 1 was ich erreicht habe in meinem leben eine drohne mann so die xl2 ist einfach so eine starke waffe konto drohne hier steht aufs gruppe los er hat den nukleisch schaffen können aber irgendwie ja mit dem es haben viel zu viel ist viel zu schnell ist gemacht er hat nämlich zu uns noch gesagt wir sollen keine kills machen nehmen die kiss lassen damit ich extra lange noch gestorben aber er ist trotzdem irgendwie nicht geschafft aber ich hoffe jetzt geschafft ich hoffe es sind es echt belastend für ihn sonst wäre es uns echt wirklich belastend man da wie sie geiern man keinen sinn kommt kommen bruder komm macht die nukleare da das echt verdient wie verstand er hier er stand hier 22 1 der hatte wahrscheinlich 0 1 am anfang und dann ist er richtig abgegangen glaube ich hier mein hater oben links hater aktiv als näst die eis näst ja ja ihr fickfotzen und spaß so hier hier schön zack 2 assist alex der wichser hat ihn absolut steilt alter ich bin nur ich habe bei der wäner bruder heißt alex bombardiert hier alles weg scheint alles strikt hat hater konnte und drohne aber kann überhaupt gar nichts einsetzen so richtig belastend hier brutal das ist ärgerlich mann brutal und dann spiel zu ende weil die team jetzt schon mal hier die team ist es war schon etwas belastend leute auf jeden fall lassen like dafür diesen für dieses video und ja auf jeden fall der größte schwitz auf erden alter und haut rein bis zum nächsten video auf jeden fall und check wie gesagt justin a.k.a.chass ab und natürlich rex unterstrich titan mein bro kann ich noch was sagen kann ich noch was sagen kann ich noch was sagen ja ach hat er sein maul mit spaß hack auf jeden fall leisten dass die abonnieren müssen richtig korrekte tief und ciao wie gesagt wählt eure bananen richtig steif oder bis die wissen bananen spritzt und haut rein